Relativ schnell den Impfstoff, da waren alle überrascht, begeistert. Manche haben gesagt, kann gar nicht sein, er wurde ja gar nicht getestet. Plötzlich waren alles Virologen, plötzlich hat jeder gesagt, es dauert sonst immer so lange. Jeder hat sich zu Wort gemeldet, hat keine Ahnung, von was er spricht. Also ich lasse mich gegen alles impfen, was es irgendwie gibt. Und ich habe nie gefragt, wer ist der Hersteller, wie ist die Wirkung, ich habe es hingenommen.